Moin Leute, herzlich willkommen zu diesem Video. Heute gucken wir uns einmal eine der stärksten Comps auf dem 10.13er Patch an. Und zwar reden wir heute über die Rebel Comp. Zugegebenermaßen ist das natürlich etwas spät, da der Patch jetzt nur noch zwei Tage eingeschlossen heute live ist. Aber auch mit den Änderungen, die jetzt kommen im 10.14er Patch, die ja von Mord schon veröffentlicht wurden, sind keine großen Nerfs für diese Combat halten. Dementsprechend glaube ich, dass sie auch nächsten Patch noch ziemlich viable ist und deswegen gibt es heute das Video dazu. Falls ihr Bock habt, mehr TFT-Videos zu sehen, mehr Comic-Guides sehen wollt, Gameplays oder irgendwelche anderen Stuff zu TFT, dann lasst doch gerne ein Abo da, würde mich auf jeden Fall riesig freuen. Apropos dazu, wollte ich auf jeden Fall nochmal Danke sagen, dass wir jetzt mittlerweile sogar schon über 115 Abonnenten sind. Das ging in letzter Zeit relativ schnell für meine Verhältnisse, deswegen danke dafür auf jeden Fall. Und wenn ihr Bock habt, mir beim Spielen zuzugucken, mir Fragen zu stellen, eure Gedanken mitzuteilen, was TFT angeht, dann kommt gerne im Stream vorbei. Link findet ihr unten in der Beschreibung. Ich tue mir zur Zeit jeden Montag, Donnerstag und Samstag, obwohl das mit Donnerstag muss ich nochmal überlegen, vielleicht packe ich das auf Mittwoch oder so, werden wir sehen. Und manchmal schaue ich es nicht, so wie diesen Samstag, das tut mir leid, meine Freundin hatte Geburtstagsfeier, da konnte ich dann dementsprechend nicht. So, jetzt aber auch ohne viel längere Umschweife, ab mit dem Video. Gucken wir uns einmal das fertige Bild an. Zunächst einmal haben wir natürlich die 6 Rebels, die seht ihr hier. Das ist einfach ein ziemlich guter Trade, der dafür sorgt, dass eure Jinx, die euer Hauptcarry in dieser Comp ist, mehr Leben hat, also kein defensives Item benötigt. Plus, dass ihr halt einfach viel mehr Schaden macht. Denn bei 6 Rebels gibt es 12% mehr Damage, was schon ziemlich gut ist. Second Main Carry würde ich Gangplank bzw. Aurion Soul auf die gleiche Stufe stellen. Gangplank in dieser Comp einerseits als Unterstützer für Jinx, weil er mit seinem CC einfach dafür sorgt, dass Jinx mehr Zeit hat, ihre Ult zu aktivieren. Und sein Damage sorgt dafür, dass einige Leute low sind, sodass Jinx wieder die Möglichkeit bekommt, halt ihre Ult schnell zu bekommen. Ezreal, gleiches Spiel, sorgt mit seinem Delay dafür, dass die Gegner länger brauchen, um zu ulten, was dir der Jinx mehr Zeit gibt, um halt ihre Ulti anzubekommen. 6 nehmen wir natürlich rein, um den Demolitionist Trade mit Gangplank zu bekommen. Malfight ist einmal an sich ein guter Tank. Master G ist im Endeffekt nur für Rebel da, macht aber an sich auch einen ganz guten Solo-Job. Und wir nehmen auf jeden Fall Zed über Yasuo, weil Yasuo normal einfach nur ein Bot ist. Und Zed kann immer noch dafür sorgen, dass die Gegner schon Carries, sowas wie Vayne oder auch eine andere Jinx, noch AD verlieren durch seinen AD-Stil. Kurz in dem Positioning, Gangplank natürlich ganz vorne. Das geht aber auch nur, wenn ihr einen GA habt, da kommen wir aber später nochmal zu. Damit er so früh wie möglich seine Ulti rausbekommt. Und auch ganz vorne, damit er halt fast das ganze Board stunnen kann. Aurion packen wir nach hinten, weil er erstens einen C4 blocken kann und andererseits den Blitzcrankhook sowieso blockt. Das heißt, wenn jemand versucht hier C4 und dann Jinxhooken, kann er das auf jeden Fall vergessen. Hier an der Seite haben wir zwei, einfach das falsch hier in den Blitzcrank steht, Ezreal C4 und dann halt den Zixhookt und nicht unsere Jinx. Auf Level 9 haben wir dann mehrere Möglichkeiten. Da könnt ihr dann Thrash, Blitzcrank, Echo oder Fizz nehmen. Wen wir dann genau nehmen, das beprechen wir später nochmal. Kommen wir mal ganz kurz zu den Items. Grundsätzlich braucht ihr nur ein Item, bevor ihr euch um Jinx kümmert und das ist das GA. GA geht vor alles, weil Gangplank ohne GA einfach useless ist. Da ihr sonst niemals seine Ulti durchbekommt. Jinx, optimal Bild, sieht ungefähr so aus. Ein Last Whisper, ein Deathblade und ein Hurricanes. Das ist ziemlich geil, weil das Deathblade auch mit Rebels skaliert. Ein Red Bluff zum Beispiel tut das nicht. Deswegen ist das das optimal Bild. Aber als einzige wirkliche Core-Sache ist auf jeden Fall das Last Whisper. Dann könnt ihr quasi alles andere bauen. Wenn ihr ein Deathblade baut, würde ich euch ein Hurricanes empfehlen, weil die Items einfach sehr gut zusammen synergieren. Ihr könnt natürlich aber auch, wenn ihr viele Bögen bekommt, einen Rapid Fire Cannon bauen. Das ist auch sehr gut, da Jinx dann einfach von hinten die ganze Zeit autotacken kann und sich nicht bewegen muss. Giant Slayer ist ebenfalls ganz gut. Infinity Edge synergiert natürlich auch gut mit Last Whisper, kann man auch bauen. Red Bluff ist immer noch gut, aber ist halt nicht mehr so wie früher notwendig. Als nächstes kommen wir natürlich dann um Gangplank Items. GA ist halt sowieso das Wichtigste. Das habt ihr dann ja schon. Ionic ist auch ziemlich gut auf ihm, weil er einfach Magic Resistance reduziert, was natürlich für seine Ulti geil ist und für die Jinx Rockets. Falls er so lange überlebt, das ist natürlich nicht sehr oft der Fall, aber ist trotzdem ganz nice. Zudem, weil er halt in seinem GA-Form, kommen die selbst vom Ionic trotzdem durch. Das heißt, er macht nochmal mehr Schaden dadurch. Dann könnt ihr euch quasi überlegen, was ihr machen wollt. Jegliches AP-Item ist in der Regel okay. Könnt ihr einen Rahabadons, einen Ludens, einen Jeweled Gauntlet, das ist eigentlich egal. Könnt ihr alles nehmen. Zur Not könnt ihr auch noch sowas wie einen Frozen Heart auf ihm nehmen, wenn ihr gar nichts anderes kriegt, weil im GA ja das Frozen Heart trotzdem auf die Leute, die um ihn rumstehen, geprockt wird. Bei Aurelion sammelt ihr direkt keine Items. Ich würde euch einmal später empfehlen, wenn ihr im Karussell irgendwas seht, das zu nehmen. Ihr könnt einerseits natürlich AP-Sachen, eigentlich das beste Item für ihn ist sowas wie Morellos, weil seine kleinen Raumschiffe das halt sehr gut procken können. Ansonsten, Death Cap ist gut, auch Ludens ist gut, weil er halt oft ultet. Ansonsten könnt ihr auch defensive Items bauen, sowas wie einen Vamux oder einen Frozen Heart sind auf ihm allerdings auch nicht schlecht. Kommen wir mal zum Early Game. Eure Item-Präferenz im Karussell ist auf jeden Fall, zuerst wollt ihr einen BF haben, dann wollt ihr einen Chain West, dann würde ich für einen Crit-Handschuhe und dann würde ich für einen Bogen gehen. Ich habe euch hier nochmal ein paar Coms vorbereitet, die ihr im Early Game spielen könnt. Das wäre zum Beispiel einmal Rebel mit Zed als euren Hauptdamage-Dealer. Später alle 5 könnt ihr dann noch einen Nocturne reinpacken, habt noch Battlecast plus Infiltrator, das ist eigentlich ein ziemlich guter Anfang. Ansonsten könnt ihr auch einfach Cybernetic spielen, das würde ich euch gerade dann empfehlen, wenn ihr einen Rap-Up habt. Wenn ihr keinen Rap-Up habt, würde ich nicht unbedingt Blaster gehen, sondern dann lieber noch einen anderen Vanguard reinpacken. Im Mid-Game solltet ihr dann darauf achten, dass ihr auf jeden Fall 4 scoutet. Die Com kann halt 2-3 Spieler unterstützen, das heißt, wenn ihr halt sehr viele seht, dann solltet ihr euch vielleicht überlegen, eine andere Com zu spielen. Was das Level angeht, würde ich euch sowieso in der Regel empfehlen, dann zu leveln, wenn ihr danach noch 40 Gold habt. Oder, wenn ihr halt danach noch 30 Gold habt, dann kann man darüber nachdenken, wann man es macht, dann muss man halt gucken, ob sich das lohnt. Lohnt tut sich leveln auch in der Regel nur, wenn ihr was Sinnvolles reinpacken könnt. Das heißt, wenn ihr halt entweder eine gute Frontline-Unit reinpacken könnt, eine gute Synergy oder halt eine gute Damage-Unit. Ansonsten lohnt sich das Leveln halt einfach nicht. Ansonsten solltet ihr im Mid-Game nur darauf aufpassen, dass ihr nicht sowas wie Zed, Yi und Yasuo auf eurer Bank die ganze Zeit behaltet, wenn ihr sie nicht gerade spielt. Da diese halt euch sehr viel Gold kosten und ihr sie im Late-Game sowieso nochmal finden werdet. Six allerdings würde ich euch empfehlen schon zu halten, da der später nicht mehr so leicht zu finden ist, da er halt eine One-Cost-Unit ist. Das einzige, wo sich das vielleicht lohnt, Zed, Yi und Yasuo schon vorher zu sammeln, ist halt, wenn ihr gegen sehr viele Blade-Master spielt, die halt die Units auf Level 3 bringen wollen, wodurch halt der Pool doch sehr geschmälert wird. Ich habe euch nochmal ein paar Coms fürs Mid-Game vorbereitet. Ihr könnt hier zum Beispiel einmal das spielen, dass ihr halt wie der Cybernetic mit Blaster spielt. Ist natürlich gerade dann gut, wenn ihr ein Wrap-Up habt. Nautilus und Leona sind einfach gute Vanguard und Shen ist einfach eine gute Frontline allgemein. Dann könnt ihr noch spielen quasi Brawler Blaster, dass ihr Kogmar als einen Haupt-Damage habt. Und für Brawler spielt. Auch wieder sehr gut, wenn ihr einen Wrap-Up habt. Aber ihr Kogmar kann auch mit den Items hier sonst auf Jinx-Board sehr gut was anfangen. Und dann haben wir noch die Möglichkeit, halt schon Rebels zu spielen. Dann könnt ihr die Rebels, die ihr auch in der Anfangs-Comp schon habt, nehmen. Ein Rumble noch reinpacken, dann habt ihr schon mal Demolitionist. Und Rumble ist halt einfach eine gute Unit, weil sie sehr stark gebuft wurde. Ilaoi und Nocturne könnt ihr halt einfach erstmal nehmen. Und ihr könnt Ilaoi dann später durch einen anderen Brawler ersetzen und Nocturne durch einen anderen Infiltrator. Da sind euch eigentlich die Freiheiten ziemlich offen. Wenn wir dann im Late-Game angekommen sind, dann würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, bei 4.1 auf Level 7 zu gehen und bei 4.3 auf Level 8, solange ihr eure Economy nicht zu doll zerstört. Dann ist es grundsätzlich immer eine gute Idee, auf Level 9 zu gehen in dieser Comp, da es immer eine sehr Late-Game-fokussierte Comp ist. Das heißt, ihr müsst auf jeden Fall versuchen, 9 zu gehen. Das liegt hauptsächlich daran, dass ihr halt erstens eine gute neue Unit reinpacken könnt und dass ihr halt einfach die Möglichkeit habt, euren GP und Aurelion auf Level 2 zu bekommen, was auf Level 8 immer so eine Sache ist. Nochmal dazu, was wir auf Level 9 dann reinpacken. Thresh würde ich euch empfehlen, wenn ihr sowieso die Gegner stompt, weil mit Thresh sorgt ihr einfach dafür, dass ihr die noch stärker fertig macht, was wiederum dafür sorgt, dass ihr den Gegner mehr HP abzieht. Blitzcrank ist eigentlich auch eine gute Sache, weil den könnt ihr reinstellen, der sorgt einfach dafür, dass eure Jinx früher ultet, weil er halt ja eine Unit reinhuckt. Andererseits kann man mit einem C4 auf ihm auch noch Pressure auf die Carries ausüben und er sorgt halt auch noch dafür, dass wir Krono und Brawler kriegen. Echo und Fizz würde ich dann empfehlen, wenn ihr eine starke gegnerische Backline-Unit habt, sowas wie Vayne oder eine andere Jinx. Dann könnt ihr die gut nehmen, um halt die wegzumachen. Grundsätzlich ist Echo natürlich besser als Fizz, aber Echo bekommt man nicht so leicht auf Level 2. Also Level 2 Fizz ist besser als Level 1 Echo, aber wenn ihr dann Echo Level 2 habt, würde ich ihn auf jeden Fall vor Fizz bevorzugen. Grundsätzlich würde ich euch empfehlen, entweder Blitzcrank oder Echo reinzutun. Das ist in den meisten Games die bessere Lösung. So, das war's dann auch erstmal von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Wie gesagt, leider etwas spät. Ich hab auch mich gefragt, warum ich kein Video zu Riven und zu Vayne gemacht hab, weil die nun mal am stärksten waren in diesem Page. Hilft jetzt nichts, wir werden dann gucken, was im nächsten Page gut ist. Und dann werde ich halt dazu ein paar Videos machen, dass ihr dann mit Comis versorgt seid. Genau, ansonsten erstmal noch einen schönen Tag und haut rein.